Und Friedrich Lichtenstein. Herzlich willkommen in der Täter der Welt! Sieht sehr gut aus. Ich freue mich sehr. Jetzt kommt der erste Song. Und wir haben hier einen sehr guten Sound. Das heißt, alle Geräusche, die Sie hören, sind gut. Wir waren zwei Männer im Wald und dann zwei Männer am Pool, bis ich sprang. Das Wasser war nicht klar, kalt, licht. Es war trüb und warm und blau-grau war der Untergrund. Blau-grau ist auch der Delfin-Mann. Bell. Keine Angst. Er holt nur Schwung. Und taucht dann auf, schön kalt und warm. Er sieht wie Passi-Bergli. Wir denken, er ist sehr stolz. Wir schauen in der Zukunft. Das ist kalt, 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 kalt. Das ist kalt, 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 kalt. Das ist kalt, 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 kalt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020